jetzt du hängst du hängst in den Dingen kannst du schlafen? Ne ich kann nicht schlafen was das denn für ne Scheiße ey echt? Ja du musst ein zweites Bett bauen ja nee ich kann nicht schlafen steht immer das Bett ist okku okku ob es jetzt ja genau oder sowas ujo scharf mit Assassin's Creed Style jetzt setz mir mal das Bett hier hin werfen wir das mal ich werf und telefonen Hauptsache du gehst da nicht dran er geht da dran das war mir so klar naja wir sind allein Leute allein gelassen von dem von dem herrn Skimo genau wir haben uns gar nicht vorgestellt ich bin von AngespielTV und natürlich fehlt der Skimo von AngespielTV der ist ja natürlich immer dabei also der fehlt nicht der ist hier wieder dabei nur der ist am telefonieren soll das auch mal in ruhe tun ich suche der war mal schafe das werfe ich dann mal dem tollwutmann gegen die birne ja ich habe noch eine maus runter gefangen nicht schlimm du bist außerdem ganz leise das wird sich ändern das wird sich ändern achtschappt oder was weiß ich wie das ausgesprochen wird ich schenk dir eine rose ja sie leise ne ist in Ordnung wie eine rose so jetzt mach ähm du bist bei mir irgendwie du stehst nicht du liegst und läufst dabei ja es ist halt ein bisschen verbuggt ist so ein bugger amachi server hauptsache bei mir sieht alles ja gerade im boden drin das sieht irgendwie ein bisschen eklig aus ja ist egal mach hau das bett hin hauptsache ich seh dich richtig boah ey kommst du rein? nö ich bin okkochipped auch mal geklappt also beim dritten 23 warum baust du dir denn ab? weil man es wieder hinbauen kann ja bringt doch nichts wir bauen doch hier drum unser haus so jetzt weiter holz abpacken oder was? ich würde mal sagen ich baue mal ein bisschen umrisse und ich fange schon mal an zu bauen ja dann baue ich weiter holz ab ich denke mal wir machen wieder in den boden rein das haus oder? ja können wir machen dann brauchen wir hier oben ja gar nichts eigentlich machen oder? ja wir können auch gleich noch ein bisschen auf expeditionen gehen ja aber erstmal würde ich sagen wir bauen so eine kleine höhle ja macht das ich baue hier weiter bierkörb und allerlei hölzer macht das ja ähm wir haben jetzt mittlerweile recht vielfältig äh eine auswahl an hä hä erstklassigen LPs äh ich werde jetzt auch kein Heroes in the Sky machen was machst du denn? ähm pur welches pur? das ist so ein richtig realistisches ähm Quad Game ja genau das hatte ich mal das heißt purr ja dann spiel ich halt purr und das klafft dein PC ja auch mit Fraps ja wie viel Frames hast du? hab ich noch nicht getestet ja warum sagst du dann ja? ja weiß ich doch nicht ich glaube nicht dass es klappt Lukas ich muss ja gut stehen ja hast du gehört? ja ich glaube nicht dass es klappen wird aber man kann es ja probieren ja es gibt auch ähm wenn du einen Shooter machen willst einen Free2Play Shooter dann gibt es ja bald Ghost Racken und auch bald ähm Call of Duty Elite ne? ja ja also was? äh ja ich denke mal das ist so wie alle Free2Play Dinger da von diesen Shooter Herstellern der Ghost Racken wollte ich ja spielen ja wenn er PC jetzt schafft dann würde ich mein PC ist Oberpro ja? du hast ein Laptop PL Personal Laptop ja nee sag mal ähm also da wäre es wohl besser wenn du das spielst oder du machst Oblivion weiter nee das mache ich garantiert nicht weiter wieso findest du das nicht gut? das ist so ein scheiß Spiel ich brauche ein Spiel mit Story sonst geht es mir langweilig ja dann musst du aber auch irgendwas nehmen was älter ist Alan Wake oder so was weiß ich was komm hör auf ich spiel kein Alan Wake wieso? ich bin ganz gut ich nicht ja das ist das erste Spiel mit Bullet Time na und? na ja ich habe einen Ofen gebaut und ich habe viel Kohle damit mache ich uns mehr mehr Kohle ja dann folge ich dir mal ich komm mit so das Haus ist fertig das ist das Spiel jetzt vorbei tüss fertig ja genau das seht ihr in der nächsten Folge nein ich werde nee das ist jetzt sehr doof so mit abzubauen ähm hol mal diese Workbench hoch die Workbench ja ist die da oben ja du meinst den Crafting Table ich habe genau das Crafting Tableau Tablet Tablet genau ja ja aber Tableau hört sich auch gut an so den habe ich aufgenommen mit schnellen Schrittes eile ich zu dir komm wir mal was zur Scheiße zu reden ok das ist ja peinlich ok geht weiter jetzt habe ich vergessen wo der Eingang ist in unserem Haus hier ja den können wir mit Holz vertefleln ja ich habe jetzt wirklich finde ich nicht mehr den Eingang ne reine ich einmal hier um die Bude rum voll kacke ich weiß nicht mehr wo wir sind oder wo ich rein muss ja jetzt ehrlich ich bin hier oben drauf jetzt ja da du jetzt siehst ja jetzt sehe ich ne warum hast du nicht Redstone reingebuckt da können wir auch unsere Betten hinpacken ne das hätte ich jetzt nicht gedacht ehrlich nicht aber ich würde erstmal auf dem Boden einen tiefer machen was ich jetzt mache ja dann baue ich trotzdem jetzt hier diesen Crafting Table hin mach das sieht nur scheiße aus ja da kriege ich auch so ne Axt mach dir eine aus was Stein ne Cobblestone da unten ist übrigens Kohle Cobblestone wo ist Cobblestone oder wo ist Kohle ist das das Weiße hier Cobblestone ist das was du in der Hand hast ja sag ich doch ja jetzt ist hier so weiß alles klar ich sehe gerade unsere Sprechzeit ist vorbei ich würde mal sagen ciao Leute abonniert abonniert uns gebt uns einen Daumen hoch und wir sagen ciao Tos Tos